Das ist der Henker vom deutschen Fernsehen, der buddelt uns beide ein. Hat er denn Erfahrung? Na klar, der hat schon viele Serien gekillt und Schauspieler und Regisseure. Manchmal arbeitet er auch für die Presse. Und was machen wir mit Heinrich? Der hält die Ehrenwache. Und wenn er bellt, wissen wir wenigstens, wir haben Besuch. Also meinetwegen könnt ihr jetzt das Licht ausmachen. Na dann macht's mal gut, alle meine Lieben. Also ich fühl mich schon wie ein richtiges Denkmal. Gute Nacht, Opa. Und wenn du mal einen Schnaps brauchst, klopf an. Ich hab mir ne Bulle mit eingemauert. Gute Nacht, meine Göre. Gute Nacht, mein süßer Adola. Gute Nacht, du alte Schreckschraube. Gute Nacht, mein Heiratsschwindler. Diese Sprüche haben die alle von mir. Gute Nacht, mein Heiratsschwindler. Gute Nacht, mein Heiratsschwindler. Bye-bye.